Unglaublich aber wahr. 65% aller im Jahr 2021 gezahlten Rentenleistungen sind steuerpflichtig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Bundesamt für Statistik hat in einer Pressemitteilung vom 30. Juni 2022 folgende Zahlen bekannt gegeben. Im Jahr 2021 wurden insgesamt unglaubliche 350 Milliarden Euro an Rentenleistungen aus gesetzlicher Rente, Betriebsrente und privater Rente an rund 21,9 Millionen Menschen in Deutschland ausgezahlt. Dies waren 0,6% mehr als im Jahr 2020. Eurozahlen 350 Milliarden Euro. Knapp 227 Milliarden Euro dieser Gesamtsumme waren im Jahr 2021 steuerpflichtig. Das sind genau diese 65% von 350 Milliarden Euro. Der Besteuerungsanteil der Renten steigt seit 2005 an. Die Ursache hierfür ist das Alterseinkünftegesetz mit dem Beginn der nachgelagerten Besteuerung ab 2005. Im Jahr 2018 zahlten 7,3 Millionen Menschen, also rund ein Drittel von 21,6 Millionen Rentenempfängern, Steuern auf ihre gesetzlichen Renten. Also nur allein auf ihre gesetzlichen Renten. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 waren dies sage und schreibe 590.000 Euro mehr Menschen, die Steuern auf die gesetzliche Rente zahlen mussten. Wie viele der 21,9 Millionen Rentner im Jahr 2021 wegen dem Rentenempfang aus einer gesetzlichen Rente Einkommenssteuer zahlen müssen, ist aufgrund der sehr langen Steuerveranlagungsfristen für die Einkommenssteuererklärung noch nicht bekannt. Daher gibt es erst jetzt die Zahlen für das Jahr 2018. Aus diesen neuen Zahlen, aus der Pressemitteilung vom 30.06.2022, gibt es einen ganz klaren Hinweis. Die Zahl der steuerpflichtigen Rentenempfänger steigt und steigt. Es dürfte klar sein, dass mit dem Jahr 2021 rund 8 Millionen Menschen mit gesetzlicher Rente Einkommenssteuerpflichtig sein dürften. Rentenempfänger sollten sich daher nicht in falscher Sicherheit wiegen. Ein Irrtum, der später richtig teuer für sie werden könnte. Ich rate daher, prüfen Sie im Zweifel, ob Sie mit Ihren Renten und anderen Alterseinkünften steuerpflichtig sein können. Also ich würde es prüfen auf jeden Fall. Nehmen Sie sich einen Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder nutzen Sie einfach den Rentensteuercheck auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.